oh der ton hat mal gut funktioniert das freut mich natürlich herzlich willkommen zurück liebe freunde zum mission 7 extrem hard mode von onkel toffy ich bin im retro projekt nach wie vor mit command and conquer am start und ja wir haben uns dazu entschieden wir haben uns dazu entschieden hier versuchen wir die basis einzunehmen hier die silos ob es gelingen wird das wird nur die zeit zeigen wir kommen wieder zwei rocket boys das ist nicht schön das finde ich nicht toll aber wir kriegen diese amy hier so noch nicht gecrushed das ist das problem er hat einfach zu viel und wir brauchen geld und geld schaffen wir schaffen wir nur über eine sache in dem wir sammler bauen bzw hier dieses tiberium was wir hier haben übernehmen und dann schnell was bauen und dann diese sachen verkaufen dafür warum wir dieses dingen hier weil das ist eine gute sache dann sind die jungs relativ schnell ich versuche jetzt drei stück davon zu nehmen erstes gebäude zweites gebäude plus die hand von nord ich weiß nicht ob ich das schaffe ob das sinnvoll ist viel besser wäre wenn ich hier oben rein fahren würde und den bauhof übernehme aber das können wir auch versuchen dafür brauche ich aber so einen zweiten zweiten wagen hier was versuche ich jetzt mal da bin ich ja mal gespannt ob ich das schaffe mein erster tiberium wagen der zweite tiberium wagen hier unten ist erstmal alles gut was wo warst du nicht losst wo hier unten weiß ich nicht vielleicht da jungs ihr wollt hier viel friedlich bleiben fahr hier hin fahr hier bloß hin fahr 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 nicht ausleckt was ist jetzt es ist abgestürzt es ist abgestürzt tja das passiert halt auch ab und an mal willkommen zurück zu einer weiteren folge mission 7 command and conquer ich finde sie extremst hart und schwer ich weiß noch nicht so genau wie das hier alles weitergehen soll ich habe mir gerade überlegt vielleicht wäre es schlau vielleicht wäre es schlau wenn wir nicht hier versuchen die beiden silos einzunehmen sondern den bauhof einzunehmen und zwar ja dafür brauchen wir folgendes wir müssen dann irgendwie reinschleichen an den panzer vorbei und das geht am einfachsten indem wir hier so ein hero bauen und zwei sachen einnehmen und zwar nummer eins wäre apc bauen ingenier bauen so hier ist noch nichts passiert das ist gut hier lebt auch noch und hier unten ist jetzt kein tiberium mehr das ist sehr gut also das heißt eigentlich nicht sehr gut aber es ist gut weil das heißt für uns er hat auch irgendwann keine kohle mehr der gegner ja wir haben noch ein bisschen tiberium wenn er jetzt hierher will mit seinem harvester und hier was meinen will dann überfallen wie das ist meine taktik so wir haben jetzt hier ein zweites apc jetzt haben wir zwei apcs und damit fahren wir jetzt hier hoch also zwei so trappmannschaft transportwagen ich nehme wieder ein ingenieur für hier so ein silo dann haben wir nämlich wieder ein bisschen geld so jetzt fahren wir hier hin so das ist der sammler den müssen wir uns irgendwann mal schnappen und der muss hier hin während meine fahrzeuge hier sind da unten sind zwei jungs das interessiert mich aber gerade nicht so die fahren relativ schnell das ist der vorteil der panzer hat uns schon gesehen das gibt es fahrt hier her so nimm den bauhof ein das wäre super wenn er das schaffen würde verkaufen so jetzt können sie schon mal keine zwei bau rufe das gibt es doch nicht aber ich habe ihm schon mal ein bauhof weggenommen so fahr hier durch einfach schön drüber fahren das ist so immer diese dinger sind so immer diese flammenwerfer das ist scheiße hier ich jetzt also so klappt das nicht also laden wir diese mission neu und wissen es sind zwei bauhöfe da das bedeutet wir brauchen mehr von den jungs hier mehr ingenieure zwei ingenieure abbrechen wir wissen auch dass kommt er sofort angefangen okay also weiß ich bescheid einladen hpc mitnehmen zwei zwei bauhöfe aber vielleicht reicht es einfach auch wenn ich hier durchfahre ich bin mir nicht so sicher wo warum dein leben kleiner mann den zu verlieren wäre nicht gut scheiße das hat schon mal geklappt das ding das müssen wir auf jeden fall beschützen das ist total wichtig habe ich hier noch einen von den ingenieurs auch keine kohle gerade okay ich weiß nicht ob das klappt wir sind zwei ingenieure drin fahren wir sind zwei ingenieure drin fahr mal hier hin die 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 mal gucken was das jetzt bringt ob ich das schaffe das ding kann ich im grunde verkaufen wir haben jetzt quasi schon gewonnen also wenn er uns jetzt nicht rasch dann nein 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 fahr bloß weg du alles dinge facken der harvester ist gerade gestorben nicht 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 Kanzel So, Jungs, dann wollen wir mal gucken, wie schnell ihr hier wegkommt. Jungs, jedenfalls, um einen, äh, nicht da. Tja, ich muss irgendwie einen Airstrike bekommen, aber wie? Er hat halt noch Geld, und das ist nicht zu knapp. Geht mich jetzt. Unit-Reporting. Hier hinfahren. Wundervolle. Affirmative. Affirmative. Ja, Sir. Geht mich jetzt. Ja, Sir. Wundervolle. So, hier unten versteckt ihr euch. Reporting. Er hier, er soll das Depot einnehmen. Jetzt kommt er natürlich und rusht mich hier, der Wichser, ey. Ja, ich hab auch wieder nichts gebaut. Kacke. Kacke, 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 kacke. Rocket Launchers. Unit ready. Our base is under attack. Moving out. Reporting, yes, sir. You got it. Yes, sir. Awaiting, affirmative. Yes, sir. Instruction complete. Vehicle report. Acknowledged. Vehicle reporting. Moving on. Affirmative. Affirmative. Building. Vehicle reporting. Acknowledged. Unit ready. Yes, sir. Affirmative. Just the numbers. Moving out. Yes, sir. Moving out. Unit lost. Reporting. Yes, sir. Yes, sir. Just do it out. 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 Wie viel hat der denn, ey? Der guckt ja mal diese Truppenmengen an. Wie soll ich das denn machen? Das ist überhaupt nicht schaffbar. Unit reporting. Das ist wirklich kaum schaffbar, diese Mission, ey. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. On hold. Cancel. Come this. Awaiting orders. Constructions complete. Ready and waiting. Yes, sir. Affirmative. Unit report. Affirmative. Affirmative. Moving out. Acknowledged. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Kommen wir unten auch welche? Oh man, ein ganzer Schwung. So, du musst sie retten. Nur du kannst das tun. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Acknowledged. We're waiting for us. Yes, sir. Wir haben es zumindest schon mal geschafft, dass der Gegner keine Kohlen hat. Wir aber schon. Und jetzt können wir Rocket Boys bauen. Sollten gleich versuchen, hier oben das Platz zu machen. Gehen wir mit Panzern. Die Panzern, das versuchen. Aber wir können, wie gesagt, mit unseren Fußtruppen, hier nicht so gut herlaufen. Also müssen die unten rumlaufen. Aber zumindest läuft das mit den Sammlern hier schon mal wieder ganz gut. Er hat auch langsam kein Geld mehr. Wir sehen, dass das die Silos hier leer sind. Ach, jung. Ich mache ihn doch einfach nur platte. Ja, Herr, nicht ein Problem. Affirmative. Nicht ein Problem. Okay. So, vielleicht kann ich die jetzt da rauslocken, indem ich wieder die dumme KI ausnutze. Und sage, okay. Vielleicht sind die ja so blöd und denken jetzt, sie müssen ihren Harvest dann noch beschützen. Boah, Jungs, ey. Das war wieder Tufi-Spezial-Dummheits-Move, was ich gerade gemacht habe. Jetzt hoffe ich nur... Jetzt hoffe ich nur... Jetzt hoffe ich nur... Ja, Herr, Herr, ich gehe jetzt raus. Ja, Herr, Herr. Units-Reportung, ich gehe jetzt raus. Gut, dann ist es gut. Dann habe ich nämlich jetzt den Panzer aus dem Spiel genommen. Jetzt nehmen wir die Hand von Nod aus dem Spiel. Weil dann kann er nämlich auch keine Truppen mehr bauen. Ja, Herr, Herr. Oder wir nehmen... Das ist vielleicht noch einfacher. gray Langsäure, Herr. Ja, Herr, ich mache das. Wir sind bei uns und bei uns. Kommen jetzt auf. Ja, Herr. Wir sind in der Tatooie. Wee sind in der Tatooie. Wee sind in der Tatooie. Wir sind in der Tatooie. Wir sind in der Tatooie. Unit, ready Building Unit, ready Knuck Knuck Schön drüberfahren immer Knuck, drüberfahren Oder ich versuche hier die Raketenstellung aus dem Spiel zu nehmen Vielleicht hilft das ja auch Und kriege dann einen Luftangriff Das wäre ja super Langsam, aber stetig Kommen wir dem Ergebnis zu gewinnen doch näher Okay, jetzt wird es hier schon verkaufen Ja, hier oben rum Ja, hier oben rum Wenn das klappen würde, das wäre super Ja Hallo, du solltest das Silo angreifen, du Idiot So, und das nehmen wir jetzt auch aus dem Spiel Ja, das wäre eine Taktik mit dem Russian Das habe ich ganz interessant überlegt Und es hat, wie gesagt, funktioniert Das freut mich eigentlich am meisten Das freut mich am meisten Und dann lassen wir hier einen Airstrike machen Und da sind nämlich die ganzen Armys weg Das ist super Ja So, wenn das klappen würde, das wäre super Wie war die Hälfte? Jetzt kommt die Hälfte Jetzt kommt die Hälfte Jetzt kommt die Hälfte So, die fangen jetzt an, das zu zerlegen Und dann fangen wir einfach auch mal an, das weiter zu zerlegen Da oben sind zwar nochmal zwei Truppen Das juckt mich aber gerade nicht Sondern die hier Jetzt tradet er hier seine letzte Kohle, die er hat Ist gut Ja, hier muss die Rocket-Jongstack knallen Nein Fragge New Fragge Was eine harte Mission, Leute. Das fand ich jetzt ganz schön schwierig, aber wir haben es ja, wir haben es ja geschafft, ja. Also wir werden gewinnen, das ist schon mal sicher. Ja. 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 tumors, Aber in diesem Bereich. Ja. schade schade da habe ich noch mal ein fahrzeug verloren das ich nicht verstehen verlieren wollte und die jungs nehmen das und damit haben wir das gewonnen rockt geile scheiße man das war schwer das wollte ich ihn ja also effizient war das bestimmt nicht nur sage ich ja leadership auch knapp und ich habe zwei stunden neun minuten dafür gebraucht also ihr habt eine menge geguckt ja also war schon ganz schön krass die mission deswegen muss man sie umgehen und das haben wir ja gemacht indem wir das er viel zerstört haben aber das war eine super sache ich freue mich dass wir das gemeistert haben und die nächste mission ja die kennen wir ja schon so ein bisschen dass es die gibt und ich werde das natürlich jetzt hier skippen und ich dann ganz normal ja vielen dank fürs einschalten ich sag hier bord erwornt ist mission und wünsche euch viel spaß mit diesem kommand konkreteil wir sehen uns in der nächsten folge wieder freunde wenn es heißt emission nummer 9 weil acht haben wir schon geschafft sieben habe ich jetzt nachgeholt für euch um die zu zeigen aber es ist wie gesagt nicht so einfach bleibt dran bleibt mir treu lasst einen daumen hoch da ich mich freuen und wenn wir uns bei der nächsten folge wiedersehen das freut mich natürlich auch macht's gut ich wünsche euch alles gute